Also ich muss echt sagen, gestern, das war 1A. Ja, fand ich auch, ne? Er hat ja richtig eingesogen, wie das Ding war, ne? Also ich hab mir die Broschüre nur gezeigt und dann so, oh, wie geil und so. Dann könnt ihr ja die Blicke gar nicht mehr von der Brust wegnehmen. Ja, ich hab ja gesagt, dass es eine Sünde ist. Ja. Aber, tja, so ist das halt. Und dann hab ich ihm noch die Flyer gegeben, bye bye, tschüss und so, ne? Das wollte er auch nicht mehr loslassen. Bye bye wollte er nicht mehr aus der Hand lassen. Nee, nee, nee. Und das war ja auch, das war ja auch irgendwie halt meine Freude im Endeffekt. Ja. Wie richtig eine glatte Sache war das, ne? Das ist, wir haben sein Leben ausgefüllt. Richtig, richtig. So wie ich sein Leben ausgefüllt hab am 13., als ich da bei der Tür war. Was denn? Ich kann mich gar nicht erinnern. Du kannst das von vergessen, ne? Ja. Ja, das würde ich auch. Deine Vergangenheit würde ich vergessen. Ach, diesen Hüftschwung. Ich hab ja alles von mir geschmissen. Der Hüftschwung war sehr gut. Der Hüftschwung war wirklich sehr gut. Also das solltest du auch immer wieder machen. Wollen wir das nochmal machen? Ja. Okay, machen wir nächstes Mal wieder. Ja, wunderbar. Hier, bitteschön. Ach, nicht so. Guck mal her. Buh. 15. Türchen. Das war los.